Hallo, bevor es losgeht, möchte ich euch ein bisschen was erzählen zu den ganzen Geschichten hier, zu den Rennen. Und zwar ist das ein neues Format von mir für euch, in dem ihr demnächst unsere Gegner auswählen könnt. Ja, ich werde hier Rennen fahren, wir sind allerdings jetzt bei Forza 4 statt 5, da ich bei 5 keine KI-Gegner auswählen kann. In dem Rennen hier fahren wir zum Beispiel gegen den E34 M5. Wollte ich in Forza 5 machen, aber leider kann ich den KI-Gegner nicht bestimmen. Ist immer ein Zufallsauto, deswegen machen wir das jetzt hier bei Forza 4. Und jo, wir passen die Geschwindigkeit natürlich immer an die Leistung und okay. Ja, also auf jeden Fall, ihr könnt dann immer am Ende des Rennens natürlich, wenn das Video vor euch ist, in die Kommentare schreiben, gegen wen wir denn als nächstes fahren. Ich werde erstmal nur meinen E36 übernehmen, demnächst werde ich aber noch ein paar andere hinzufügen, die ihr zur Auswahl habt. Dann zum Beispiel entweder der E36 gegen Ferrari noch irgendwas oder dann machen wir RX7 gegen Ferrari noch irgendwas. Also naja, das wird schon noch ein bisschen dauern, bis wir da alles zusammen haben. Ich muss hier natürlich auch noch Outros, Intros und sowas zusammenschneiden und bearbeiten. Das ist jetzt hier nur so rein provisorisch. Also, ne, ich hoffe es gefällt euch, habt Spaß mit der geilen Musik, die dabei läuft und okay, let's go. Wollen wir den Fünfer mal versuchen platt zu machen. Also denn, merkt euch genau, was ich gesagt habe. Also, jetzt nochmal ganz schnell, Kurzzusammenfassung. Rennen, Forza 4, weil Forza 5 behindert. Äh, verschiedene Autos zur Auswahl kommen noch. Gegner wählt ihr aus. Also denn, haut da rein, guten Spaß, guten Spaß, haha. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.